Ein Sommertag in Dresden und die Kulisse ist wie gemacht, würde ich mal sagen. Im Hintergrund sehen wir die Frauenkirche. Stefan Böger, hier in der Stadt lässt es sich aushalten, oder? Wenn ich gerade den Moment sehe, absolut. Und die Stadt bietet unheimlich viel an interessanten Dingen. Leider habe ich die Zeit bisher nicht gefunden, aber die werde ich finden, habe mir das ganz fest vorgenommen. Stefan Böger, der Trainer von Dynamo Dresden, rund zwei Monate sind Sie jetzt im Amt. Wie ist die Zeit verlaufen, diese ersten 60 Tage hier in Dresden? Ich kann es kaum glauben. Bei den Politikern sagt man ja 100 Tage, jetzt sind wir hier bei 60 Tagen. Ich hätte gedacht, es wären 10 oder 12 Tage gewesen, wie im Fluge sozusagen. Also wir haben sehr, sehr intensiv gearbeitet, rund um die Uhr für Dynamo unterwegs gewesen, mit den Spielern viel kommuniziert, alles soweit vorbereitet, sodass die Zeit tatsächlich sehr schnell vergangen ist. Haben Sie ein Kribbeln im Bauch? Spüren Sie die Vorfreude auf den Saisonstart, auf das erste echte Heimpflichtspiel gegen Stuttgart 2? Ich freue mich drauf, vor allem auf die Kulisse. Ich bin gespannt, wie die Fans reagieren, die neue Mannschaft empfangen. Einen Vorgeschmack haben wir bekommen am letzten Samstag gegen Selting. Das war schon klasse. Ich glaube, ein paar Zuschauer mehr werden es am Samstag. Und ich als Trainer bin natürlich immer wieder daran interessiert, wie sind die Spieler in der Lage, das umzusetzen, was wir uns über Wochen erarbeitet haben. Gelingt das schon oder müssen wir an den Stellschrauben noch ein bisschen drehen? Dresden ist durch die letzten Jahre so ein bisschen Testspiel geschädigt. Da gab es einen hohen Sieg mal gegen West Ham United in der letzten Saison, ein 4 zu 0 gegen den Hamburger SV. Da wollte der eine oder andere sich schon mal für den Europapokal anmelden. Und dann ist man in der letzten Saison abgestiegen. Was war der Test, die Generalprobe gegen Celtic Glasgow nun wert? Ich glaube, mal unabhängig vom Gegner, der natürlich hochkarätig war und für die Zuschauer hochinteressant war, waren es die Eindrücke, die wir von unserer Mannschaft gewonnen haben. Ich habe ein paar Dinge gesehen, die schon ganz gut geklappt haben, das Umschaltspiel in die Offensive. Habe aber auch gerade im Abwehrverhalten Dinge wahrgenommen, an denen wir noch arbeiten müssen und die nächsten zwei Tage auf jeden Fall noch nutzen müssen. Definitiv die Mannschaft im Umbruch. 19 Abgänge, 14 Zugänge. Das ist also wirklich der Umbruch im Vollwaschdurchgang. Wie haben Sie das Ganze geschafft, in den ersten zwei Monaten das so hinzustellen, dass am Samstag eine Elf auf dem Platz steht, die die Möglichkeit hat, drei Punkte zu erzielen? Mit jedem Spieler, den wir neu dazugeholt haben, hat sich was entwickelt in meinem Kopf, hat sich eine Grundformation entwickelt. Und letztendlich werden wir elf Taffer-Jungs auf dem Platz haben und auch im gesamten Kader sehr große Ausgewogenheit. Ich glaube, alles gut soweit erstmal besetzt, dass da noch Lücken sind, wir noch Zeit haben, das ist klar. Aber grundsätzlich war es eine sehr kurze Zeit, um diese Prozesse anzuschieben, deswegen auch sehr intensiv. Und der Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen. Also gerade die ersten Wochen in den Pflichtspielen werden wir sehen, was es wert ist, wo wir stehen. Und ja, das Schöne ist, dass man immer korrigieren kann, eingreifen kann, auch in der nächsten Zeit. Und die Mannschaft ist speziell auch im Trainingslager in Österreich zusammengewachsen. So habe ich Sie aus einem Interview herausgelesen oder herausgehört. Das ist zum Beispiel neben der eigentlichen Trainingsarbeit so ein Aspekt, warum man ins Trainingslager fährt, damit die Spieler quasi rund um die Uhr miteinander zu tun haben, sich kennenlernen, sich aufeinander abstimmen, nicht nur auf dem Platz, sondern vor allem außerhalb. Und gerade wenn man eine neue Mannschaft übernimmt und die Mannschaft komplett neu zusammengestellt wird, sind diese Prozesse sehr, sehr wichtig und wertvoll. Jetzt ist ein Spieler nicht mehr mit dabei, der eine feste Identifikationsfigur für Dynamo für Dresden war, der seit 2009 für diesen Verein gespielt hat, die schwarz-gelben Farben getragen hat. Robert Koch ist zu Wochenanfang nach Nürnberg gewechselt. Wie schwer wiegt der Abgang von Robert? Da machen wir alle, Ralf Meng und ich, auch keinen Hehl daraus, dass uns das sportlich sehr wehtut, weil der Robert nicht nur fest eingeplant war für die Startformation, sondern auch mit seiner Fähigkeit, da durchaus hätte die Mannschaft führen können, gerade im Offensivbereich. Nichtsdestotrotz nutzen wir die Möglichkeit, uns dann weiter umzuschauen, ob wir Alternativen finden. Kurzfristig haben wir sie jetzt nicht gefunden für die Offensive, aber das wird uns in Zukunft gelingen. Aber es wird ein Ersatz für Robert Koch kommen. Wir werden uns bemühen, was zu verpflichten, das vielleicht auf mehrere Schultern verteilen. Und gerade die Spieler, die da sind, ob das Justin Eilers ist, Luca Dürholz, auch der junge Malwin Stefaniak, kommen Valjus dazu, die sind natürlich jetzt gefordert, den nächsten Schritt zu tun und da eben noch deutlicher sich ins Rampenlicht zu spielen. Gerade mit Blick auf die Offensive, auf den Sturm, würde ich mal sagen, ist man dort noch ziemlich dünn besetzt. Dort, gerade auch mit dem Hintergrund, dass Tobias Müller verletzt ist, noch ein bisschen ausfallen wird. Dort wird sich sicherlich möglicherweise auch noch was tun müssen. Nicht zu vergessen Christian Fjell, der uns auch wehtut, seinen Ausfall. Aber es ist, wie gesagt, auch die Chance für Leute aus der zweiten Reihe, Dominik Baumann nicht zu vergessen, junges Talent Stefaniak, sich zu zeigen, sich zu präsentieren. Aber ich gebe Ihnen recht, in der Breite sind wir da noch nicht so richtig gut aufgestellt. Da müssen wir noch Hausaufgaben erledigen. Sie haben Kirin Moll für das defensive Mittelfeld verpflichtet, von der Spielvereinigung Unterhaching. Vielleicht zwei, drei Sätze zu ihm. Warum haben Sie ihn geholt nach Dresden? Ich hoffe, dass er die Erwartung, die wir in den Sätzen gut erfüllen kann. Erwartung dahingehend, dass er ein Spieler ist, der in der Balleroberung sehr wichtig und wertvoll werden kann. Wir wollen zügig nach vorne spielen, wir wollen in die Spitze spielen und dazu müssen wir erstmal den Ball haben. Und in der Balleroberung hat er seine Stärken sehr laufstark, sehr aggressiv im Zweikampf und das wollen wir nutzen für uns. Bei Sinan Tekerci, der zuletzt Probespieler bei Dynamo war, der auch am Samstag gegen Glasgow gespielt hat, ist noch keine endgültige Entscheidung getroffen, ob er verpflichtet wird oder nicht? Genau, der Eindruck war absolut positiv, hat sich da gut gezeigt und trotzdem ist es uns noch zu wenig an Eindruck insgesamt zu sagen, in die eine oder in die andere Richtung, wir machen es oder wir machen es nicht. Dementsprechend haben wir uns darauf verständigt, dass er noch ein paar Tage bei uns trainiert und dann abschließend was zu sagen. Wer wird denn am Samstag die Mannschaft aus Feld führen? Wer wird denn der Kapitän sein? Na, die Mannschaft hat sich dem Mannschaftsrat gewählt mit Tobi Müller, Christian Fell, Marco Hartmann und Michael Hefele. Und aus diesem Kreis wird jetzt morgen, übermorgen der Kapitän bestimmt, der Stellvertreter bestimmt. Und ja, dann wird es einen würdigen Kapitän geben, egal wer von den Vieren es am Ende wird. Ich bin froh, dass es die Vier sind, die in der Ehrenwahl sind, weil sie alle auf ihre Weise etwas verkörpern, was Dynamo braucht. Kommunikation ist für Sie ganz wichtig. Ich habe gelesen, beim DFB, bei Ihrer U16, haben Sie teilweise auch WhatsApp genutzt, um mit Ihren Spielern zu kommunizieren. Gibt es auch eine WhatsApp-Gruppe bei Dynamo schon? Das sind Prozesse, die muss man erstmal ein bisschen anschieben, die muss man ein bisschen beobachten. Ich glaube, die Spieler untereinander harmonieren über WhatsApp sehr gut miteinander. Ob ich mich da jetzt am Ende einklinke, muss ich nochmal sehen. Das ist ein Unterschied, das muss man auch wissen. Es ist ein Unterschied, ob ich die Spieler beim DFB alle paar Wochen mal sehe und da über dieses Medium Kontakt halten kann. Hier ist es etwas anders. Ich kann die Spieler jeden Tag sehen und kann mit ihnen Dinge besprechen. Und ja, das müsste eigentlich reichen. Wo steht denn jetzt Dynamo so unmittelbar vor dem Saisonanfang? Das Kicker-Fachmagazin sagt in der Saisonprognose, Dynamo ist gut beraten, in Etappen zu denken. Sollte der Auftakt gelingen, der Klub noch einmal die Möglichkeit haben, sich personell zu verstärken, dann ist ein Platz im gesicherten Mittelfeld denkbar. Klingt für mich so Platz 7 bis 12. Mal abgesehen von einer Formulierung, einer Platzierung, finde ich, was der Kicker geschrieben hat, absolut zutreffend. Mit Bescheidenheit, mit der nötigen Geduld zu Werk zu gehen nach dem Umbruch jetzt ist absolut notwendig. Da werde ich mich auch nicht in der Argumentation von abbringen lassen. Egal wie der Start läuft, ob er positiv oder er negativ, das ist einfach so. Wir brauchen Zeit, um die Prozesse voranzutreiben. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, unsere Zielsetzung, die sich die Mannschaft selbst erarbeitet hat, in der oberen Tabellenhälfte zu spielen, erreichen, das wäre eine tolle Leistung fürs erste Jahr. Sie neigen also dann nicht dazu, Euphorie jetzt hier zu sehr zu verbreiten. Es gibt keinen Grund. Ich habe die Mannschaft im Training erlebt. Ich habe die Spieler in den Gesprächen erlebt. Ich sehe sie, wie sie miteinander harmonieren, kommunizieren. Das ist erstmal grundsätzlich positiv. Was das wert ist in der Meisterschaft, das vermag ich nicht zu sagen. Die anderen Mannschaften bereiten sich auch entsprechend vor. Und ja, es wird spannend sein. Und dementsprechend, ich will etwaige aufkommende Euphorie oder positive Grundstimmung bei den Fans überhaupt nicht unterbrechen, abbrechen. Aber ich bin mit der Leistung und kann sehen, was die Mannschaft leisten kann. Stefan Bürger, wer sind denn die Favoriten auf den Aufstieg? Immer wieder werden von dem Experten Bielefeld, Wiesbaden, Münster genannt, vielleicht auch Cottbus. Haben Sie einen Kandidaten, wo Sie sagen, die könnten eine gute Rolle spielen? Grundsätzlich glaube ich, dass diese genannten Vereine eine sehr gute Rolle spielen werden in der Liga, weil sie a. über längere Zeit ihren Kader zusammen haben, b. nachgewiesen haben in der Liga. Wozu sie im Stande sind, sind weitestgehend zusammengeblieben. Und es ist ja klar, wenn man dann im zweiten, dritten Jahr mit derselben Mannschaft spielt, dass es sich da ein bisschen leichter spielen lässt als vielleicht Dynamo Dresden oder auch Cottbus mit neueren Mannschaften. Nichtsdestotrotz gibt es den Favoriten wie im letzten Jahr oder die beiden mit Leipzig und Heidenheim dieses Jahr nicht. Das glaube ich jedenfalls. Kann sein, dass mich die Saison eines Besseren belehrt, aber im Moment glaube ich nicht, dass es den ausgemachten Favoriten gibt. Die Verpflichtung von Ralf Minger als Sportgeschäftsführer und die Verpflichtung von Ihnen, in der Sie früher DFB-Nachwuchstrainer war, war ein klares Indiz dafür, dass Dynamo wieder künftig mehr auf den eigenen Nachwuchs setzen will. Und die A-Jugend hat es ja wunderbar geschafft. Die haben den Klassenerhalt in der Bundesliga souverän gemeistert. Wer könnte aus dem Nachwuchs von Dynamo am ehesten, am schnellsten den Durchbruch schaffen? Den einen oder anderen Spieler hatten Sie ja auch zuletzt im Trainingslager mit dabei. Genau, das war mir ganz wichtig, gleich zu Beginn mit Jan Seifert und auch David Bergner zu sprechen, um zu hören, was im eigenen Stall an Talenten schlummert und dann die Entscheidung zu treffen, die Spieler anzuschauen. Es ist jetzt so, dass bis auf Tommy Klotke, der nach Bautzen gegangen ist, quasi alle Spieler nach wie vor im Kader sind, sich zeigen können. Und wenn ich an Marvin Stefaniak oder Dominik Baumann denke, das sind wirklich Talente, die ihren Weg gehen werden, so sie klar bleiben im Kopf, so sie sich auf die Gegebenheiten im Profifußball einstellen können. Von den beiden gerade erwarte ich eine ganze Menge. Die Fußballteams haben jetzt die Möglichkeit, die zweite Mannschaft abzuschaffen. Der ein oder andere Verein hat davon schon Gebrauch gemacht. Jürgen Klopp nennt das den größten Schwachsinn aller Zeiten. Wie sehen Sie die Regelung? Wie wichtig ist die zweite Mannschaft von Dynamo auch in diesem ganzen Gefüge? Manchmal ist mir die Diskussion zu pauschal geführt. Also man kann nicht pauschal sagen, man muss sie abschaffen oder man muss sie beibehalten. Ich glaube, dass jeder Verein gut beraten ist, auf seine eigene Situation zu schauen, in welcher Liga spielt die Mannschaft. Es ist ein deutlicher Unterschied, ob die U23 in der dritten oder in der vierten Liga spielt. Das ist so. In der vierten Liga, in der Regionalliga ist der Sprung oftmals in die zweite Ligamannschaft oder Profimannschaft des Vereins in die erste Liga einfach viel zu groß. Da kann man schon darüber nachdenken, aus wirtschaftlichen Gründen, ob man da Veränderungen herbeiführt. Dritte Liga, Dortmund, Stuttgart. Ja, absolut sinnvoll, die dabei zu haben als Unterbau für die Profimannschaft. Vor zehn, elf Tagen war Deutschland im Freudenrausch. Der vierte Weltmeistertitel wurde errungen in Brasilien. Welche Folgen hat dieser Weltmeistertitel in Sachen Euphorie, auch für die Saison, möglicherweise in der dritten Liga? Erstmal glaube ich, dass auch in den nächsten Jahren Deutschland eine richtig gute, überragende Nationalmannschaft stellen wird. Weil ich genau weiß, ich kenne die Jahrgänge hin und auswendig, ich weiß, was nachkommt. Selbst nach den Götzes und Draxlers, den ich selbst noch im 93er-Jahrgang hatte. Goretzka, Meier, 95er, die mit mir vor zwei Jahren Vize-Europameister geworden sind. Da kommen so viele gute Spieler nach, sodass es uns da überhaupt nicht bangen sein muss. Auswirkungen für die dritte Liga, ich glaube insbesondere, was die Zuschauer angeht, die Begeisterung auf den Rängen, die wird anhalten, die wird mit rüberschwappen in die dritte Liga. Zweite Liga, erste Liga sowieso. Aber auch die Bedeutung dieser dritten Liga, gerade mit den Ostvereinen, ist für die Region hier sensationell gut. Auch wenn man beklagt, ist eben nur dritte Liga. Aber das wird eine spannende Nummer. Gab es einen Moment, wo Sie gesagt haben, da bin ich jetzt ein bisschen wehmütig? Weil bei den letzten Turnieren waren Sie ja immer direkt mit dabei. Bei den letzten großen Turnieren haben Sie Gegner beobachtet, gescoutet. Gab es einen Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt wäre ich ganz gerne in Brasilien mit dabei? Den gab es eigentlich von Anfang an. Als das Turnier losging, hatte ich gedacht, jetzt sitze ich in Sao Paulo oder in Belo Horizonte und kann damit fiebern, vor Ort den Jungs die Daumen drücken, die man eben selbst persönlich gut kennt, die Trainerkollegen oder eben auch die Mitspieler im Team. Nichtsdestotrotz war ich gut abgelenkt. Ich bin ja schon seit Ende Mai quasi für Dynamo unterwegs und war ein Stück weit abgelenkt. Das hat mir gut getan, diesen Stachel wegzustecken. Finale ausgerechnet in Ihrem Lieblingsstadion, wo Sie selbst gespielt haben, damals noch im alten Maracana. Aber das ist dann schon was Besonderes, oder? Also Sie haben ja als einer der wenigen dort wirklich selbst mal gekickt. Irgendwo schließt sich da der Kreis. Manchmal denke ich, es ist verrückt im Leben. Selbst dort gekickt im alten Stadion. Dann ist die WM vergeben worden nach Brasilien. Dann ist das Stadion umgebaut worden. Jetzt spielt Deutschland um den WM-Titel in diesem Stadion. Ja, es ist einfach toll und ich habe es genossen. Warum war Alan Simonsen Ihr Vorbild als Spieler? Was hat ihn so ausgezeichnet? Für die Jüngeren, muss man vielleicht erklären, dänischer Nationalspieler. Vor allem in Gladbach für Furore gesorgt. Dann auch später in Spanien. Ein toller Kicker. Sie wissen ja gut Bescheid. Sie sind gut informiert. Das finde ich gut. Kleinwendig, sehr engagiert, sehr viel mit Herz dabei. Richtig guter Kicker. Fußballerisch gut. Und außerhalb des Platzes ein absolutes Vorbild für die jungen Menschen. Weil er immer klar davor war. Immer ein Statement hatte, was ehrlich war. Und ich mich ein Stück weit in ihm wiedergefunden habe. Ich war sicher nicht der große Fußballer. Aber alles andere, was Bereitschaft auf dem Platz, Willenseigenschaften und eben vom Typ her, habe ich mich bei ihm gut wiedergefunden. Gibt es den Alan Simonsen in der Trainergilde? Gibt es dort auch jemanden, wo Sie sagen, das ist so ein bisschen ein Trainer, den man als Vorbild hat? Naja, erstmal grundsätzlich habe ich eine ganze Menge von allen Trainern, die ich hatte, als Profi lernen können. Von jedem etwas anderes. Das Vorbild gibt es jetzt heute nicht. Und trotzdem mache ich keinen Hehl daraus, dass ich die Art und Weise, wie Jürgen Klopp auftritt, wie er mit seiner Mannschaft Fußball spielt, wie er sich in der Öffentlichkeit präsentiert, schon sehr, sehr interessant finde. Haben Sie dann auch so das typische Klopp-Gesicht? Können wir das in Dresden dann auch noch kennenlernen? Oder ist das vielleicht, was Sie von Klopp dann unterscheidet? Ja, das weiß ich nicht. Den Bart wird es sicher in der Form so nicht geben. Haartransplantationen hätte ich zwar nötig, aber die wird es auch nicht geben. Da bin ich wenig eitel. Aber ja, so diese Emotionalität am Spielfeldrand, die ist durchaus zu erwarten. Ich bin nach dem Spiel Zettig vom MDR gefragt worden, ob davon auszugehen sei, dass ich die 90 Minuten auch in der Coachingzone hohen und runter marschiere, wie es bei dem Spiel war. Ob es immer so extrem ist, weiß ich nicht. Wenn die Mannschaft entsprechend spielt, ist es hier und da auch sinnvoll, mehr Ruhe auszustrahlen am Spielfeldrand. Und irgendwo auch da macht es die Mischung. Das beherrscht der Jürgen Klopp im Übrigen hervorragend. Also der ist auch nicht 90 Minuten unterwegs. Punktuell greift er mit ein und zofft sich schon ganz gerne auch mal mit dem vierten Offiziellen. Da muss ich mich sicher disziplinieren. Aber es kann durchaus vorkommen, dass es da auch Diskussionsbedarf gibt. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe auch noch weniger Haare auf dem Kopf und das geht auch irgendwie. Aber Sie sollen sehr abergläubig sein oder gewesen sein. Jetzt beschränkt sich das offene Teil, oder? Habe ich jetzt so gehört. Also der Aberglaube ist aber immer noch ein bisschen vorhanden. Zeigen Sie mir den Fußballer, der nicht abergläubig ist. Also wer das von sich behauptet, der keinen Ritualen nachhängt, dem wird es wahrscheinlich kaum geben. Ob Spieler oder dann Spieler gewesen und jetzt Trainer. Das ist, glaube ich, was völlig Normales. Irgendeine kleine Macke hat da jeder, der auf dem Feld ist. Was ist Ihre Macke? Ja, ich halte mich schon auch an Rituale, was Abläufe am Spieltag angeht. Im Vorfeld, jetzt ohne ins Detail zu gehen, aber eben auch gerade was das Aufwärmen angeht. Ich schaue mir den ersten Teil des Aufwärmens gerne an. Ich schaue den Spielern gerne in die Augen. Wenn Sie sich Grund aufwärmen von Anfang an, dann verschwinde ich in der Kabine. Und ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, belohne mich dann für die Wochenarbeit mit einer schönen gepflegten Tasse Kaffee und einem schönen trockenen Stück Kuchen. Das ist meine Belohnung vor dem Spiel. Die muss sein und die brauche ich dann auch. Was ist der Lieblingskuchen? Käsekuchen. Käsekuchen. Ich esse unheimlich gerne Käsekuchen. Ach, ich denke mal, so eine Dresdner Eierschecke werden Sie hier definitiv finden. Der ist auch sehr, sehr lecker. Habe ich schon probiert, die ich da allerdings gegessen habe. Die hat mir nicht so richtig geschmeckt. Ich sage es auch nicht, wo ich sie gegessen habe. Besser ist das. Aber es gibt, ich habe, wo habe ich das eigentlich gelesen? Ich lese gerade ein schönes Buch, genau. Immer noch das große Los? Nein, nein, nein. Das ist schon lange ausgelesen. Also Sie sind intensiv. Ich lese ja quer. Ich lese ja quer. Ich muss sehr viel lesen. Und deswegen lese ich quer. Ja, habe ich mal irgendwann angewöhnt. Und dementsprechend geht das auch zügig mit den Büchern. Nein, ich lese von der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Enkelin von dem Herrn von Brühl oder Brühl, von dem dann die Brühlchen Terrassen und so weiter. Ein schöner Wegbegleiter momentan, so ein bisschen den Einstieg nach Dresden zu finden. Und da ging es dann darum, was esse ich eigentlich und trinke ich in Dresden? Und da kam die berühmte Eierschecke vor. Also die wird mich verfolgen die nächste Zeit. Davon gehe ich fest aus. Und wir haben uns schon so ein bisschen vorgenommen, also den Eierschecken-Test müssen wir machen und den Bratwurst-Test. Also weil Stefan Böger geht ja davon aus, dass er die Thüringer Bratwurst von der sächsischen Bratwurst unterscheiden kann. Ich hoffe, dass den Bericht oder den Beitrag meine Spieler nicht unbedingt hören und sehen, weil das sind natürlich zwei Sachen, Eierschecke und auch Thüringer Bratwurst, die sicher nicht sportgerechte Ernährung sind. Nichtsdestotrotz, man darf auch mal sündigen und den Bratwurst-Test, dem stimme ich zu, weil ich da relativ sicher bin. Eierschecke müsste ich mal vortesten, bevor wir den eigentlichen Test machen. Da geht es ja einfach erst mal nur darum, Ihren Geschmack zu treffen und damit Sie dann wissen, welche die richtige Eierschecke ist. Also Apfelschorle noch Lieblingsgetränk, für Hühnerfrikassee noch das Lieblingsessen? Ganz genau, Hühnerfrikassee mit Reis, total gesund. Erstens Apfelschorle total gesund, da kommt der Leistungssportler durch. Ich glaube, wenn man jetzt, muss ich mal überlegen, ja, mehr als 30 Jahre Leistungssportler ist oder ja, deutlich mehr als 30 Jahre, dann hat man das einfach drin. Und das werde ich auch die nächste Zeit nicht mehr umstellen. Das ist noch ein weites Feld, es gibt noch viel zu besprechen, viele offene Fragen. Ich denke mal, das ruft nach einer Fortsetzung, aber wir haben noch Fragen von Hörern, von Nutzern unserer Twitter- und Facebook-Plattform auf Radio Dresden. Nutzen Sie eigentlich die sozialen Medien? Sind die für Sie wichtig und entscheidend? Denn Sie kommen ja auch aus einer Generation, wo es noch normale Telefone gab, wo es noch Telefonzellen gab. Wenn es die gab, die Telefone. Die gab es auch nicht überall. Nee, das stimmt, wo man 20 Pfennig in den Schlitz geschnitten hat. Münz-Fernsprecher. Richtig, Münz-Fernsprecher. Fragen Sie mal die Spieler, was Münz-Fernsprecher ist. Also das ist mir schon noch geläufig. Ich bin tatsächlich eher ein Mann der alten Schule. Zettel und Stift sind mir sehr nah und soziale Netzwerke nutze ich eher nicht. Aber nicht, weil ich sie ablehne, sondern ich finde es spannend, wenn die jungen Leute das machen. Ich nutze es eher nicht, weil ich glaube, allzu viel, gerade vom Privaten, sollte man in dem Beruf auch nicht preisgeben. Wann ist Handyverbot im Bus, in der Kabine? Wann müssen die Spieler mal das Handy ausschalten? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Handy hat in der Kabine nichts zu suchen. Ich weiß nicht, was so weltbewegend ist, passieren soll, dass man nicht mal zwei Stunden darauf verzichten kann. Am Vormittag oder auch am Nachmittag. Mir geht es insbesondere mit einem Handyverbot darum, nicht um irgendjemandem da was Schlechtes zu tun, sondern die sollen sich miteinander beschäftigen. Die sollen sich unterhalten, sollen sich über Sport unterhalten, über Fußball, über Dynamo, aber eben auch über andere Themen, sich somit gut kennenlernen. Und ich glaube nicht, dass wir uns gut unterhalten können, wenn Sie telefonieren, ich auch. Das ist definitiv so. Und jetzt bin ich gespannt, was Sie auf die Fragen antworten, die uns gestellt worden sind. Zahlreiche Fragen sind es. Wir gehen mal durch und versuchen, einige zu beantworten. Wie haben Sie das Dresdner Umfeld bislang wahrgenommen? Und freuen Sie sich auf die Kraft, die der K-Block mit sich trägt? Oder ängstigt Sie möglicherweise auch die Macht des K-Blocks? Ich habe beide Situationen erlebt. Den K-Block erlebt bei tollen Spielen, bei Siegen von Dynamo und leider Gottes auch bei dem Spiel gegen Bielefeld. Also beide Erscheinungen sind mir bekannt. Es ist also nichts Neues. Eigenes Erleben ist dann nochmal was anderes, da gebe ich Ihnen recht. Ich freue mich einfach drauf. Ich freue mich einfach drauf, die Gewalt zu spüren, die Macht zu spüren, die von den Fans ausgeht, diese stimmgewaltige Kulisse zu erleben. Und bin grundsätzlich positiv eingestellt und freue mich drauf. Gibt es denn schon Lösungen, namentlich den Weckgang von Robert Koch zu kompensieren und mit einem Augenzwinkern gefragt, wen wünschen Sie sich für die zweite Runde im DFB-Pokal? Mit dem Augenzwinkern? Die zweite Frage. Ja, die war bitte. Ja, es gibt noch keine Lösung für Robert Koch. Wir sind bemüht, gerade im Offensivbereich nachzulegen. Das müssen wir tun, weil wir in der Breite nicht gut aufgestellt sind. Schalke, ja, ist eine tolle Geschichte, das muss man einfach sagen. Es werden sich die Jungs in den ersten Spielen hoffentlich erarbeiten, dann auf dem Platz zu stehen und gegen den Champions-League-Teilnehmer zu spielen vor ausverkauftem Haus. Das sind die Spiele, worauf sich der Fußball einfach nur freuen kann. Wenn wir starten, wollen wir natürlich auch gewinnen, ist ja klar. Sie werden mir jetzt sicherlich keinen Namen verraten, aber es wird auch gefragt, wen würden Sie gerne haben, wenn er bezahlbar wäre für den Sturm? Gibt es einen, den Sie im Kottfahrprozess haben? Das ist aktuell Ihr Wunschstürmer? Naja, wir müssen ja nicht rumspinnen. Also Rames kriegen wir jetzt nicht mehr. Schwierig. Der ist für kleines Geld nach Madrid gewechselt. Den hätte ich auch gerne in Dresden gesehen. Den hätte ich auch persönlich vom Flughafen abgeholt. Da wäre ich mitgekommen. Sehr schön. Da wäre ich mitgekommen. Das hätten wir zusammen erledigt. Ich glaube, da hätten aber zweimal nicht ausgereicht, weil er so viele Koffer mitbringt, um hier heimisch zu werden. Nein, Flachs beiseite. Also würde mich jetzt gar nicht festlegen wollen. Es gibt sicher eine Reihe guter Stürmer, die es in der Liga gibt zum Beispiel. Aber es ist vermessen, Richtung Zweite oder Erste Liga zu schauen. Das ist im Moment für Dresden nicht darstellbar und wir sollten uns damit beschäftigen, was möglich ist. Stichwort Wohnung. Haben Sie sich mittlerweile schon nach einer Wohnung orientieren können, umschauen können oder liegt der Fokus weiterhin einzig und allein auf der Mannschaft? Ja, es ist vielleicht so ein Thema, was ich ein bisschen konsequenter anpacken sollte und auch mal an mich zu denken. Aber das mache ich eben einfach im Moment nicht, sondern da geht es um einen guten Saisonstart, die Mannschaft gut vorzubereiten. Und wir haben gute Leute im eigenen Haus, in der Geschäftsstelle mit Martin Birne als Teammanager, der sich da gut mit einbringt und der wird das entsprechende vorbereiten. Und dann wird es zügig gehen, dass sie was finden. Sie haben lange Zeit in Hamburg gelebt, haben auch gesagt, Hamburg ist so eine Lieblingsstadt von Ihnen gewesen. Hamburg und Dresden sind Partnerstädte. Deshalb wird jetzt auch gefällt, wie gefällt Ihnen Dresden und haben Sie Ihr Lieblingsplätzchen hier bei uns schon gefunden? So weit liegen die Städte gar nicht auseinander. Ich meine jetzt nicht kilometermäßig, sondern vom Flair, von der Moderne. Beide liegen an der Elbe und die Elbe ist ein spannender Fluss. Das muss ich einfach sagen. Das ist in Hamburg so und das habe ich in Dresden auch festgestellt. Hier schon. Ja, sehr interessant und irgendwo in Wassernähe. Also den Platz gibt es jetzt noch nicht, aber irgendwas, was mit Wasser und Bergen zu tun hat, Weinberge, Wasser. Da werde ich mir was suchen, wo ich mich auch mal zurückziehen kann. Ich denke, da werden Sie auf jeden Fall was finden. Wie sehen Sie sich selbst als Trainer? Sind Sie ein Trainer, der trotz Misserfolge in der Öffentlichkeit das Ganze dann versucht, so ein bisschen zu kaschieren, möglicherweise schönzureden oder auch einer, der in der Öffentlichkeit mal Tacheles und harte Kritik äußert? Auch da die Antwort nicht pauschal, sondern wirklich situativ zu gucken. Ja, nicht jetzt meine Emotionen freien Lauf zu lassen. Das kann schon auch mal à la Thomas Doll oder Trapattoni passieren. Sollte aber die Ausnahme sein oder vielleicht auch gar nicht vorkommen. Ich glaube immer, zu gucken ist wichtig, was hilft der Mannschaft in der Situation. Darum geht es. Derjenige, der vorweg marschiert, nämlich der Trainer, dann auch die Klarheit zu behalten. Nicht durchzudrehen, nicht positiv zu übertreiben, wenn es jetzt mal richtig gut läuft, aber auch nicht zu Tode erstarrt zu sein, wenn es nicht so richtig funktioniert. Sondern immer konstruktiv zu bleiben, zu gucken, was hilft der Mannschaft im nächsten Schritt. Und das, was es zu besprechen gibt, auch durchaus mal emotional, das passiert dann in der verschlossenen Kabinentür. Wir haben über den großen Austausch geredet, die vielen Neuzugänge, die es gibt. Es wird gefragt, welche teambildenden Maßnahmen ergreifen Sie, damit aus den Spielern eine feste Einheit wird? Das Schöne ist, gerade bei dieser Mannschaft jetzt zu erleben, dass es aus der Mannschaft selbst passiert. Also die treffen sich zum Beispiel zum gemeinsamen Fußball gucken, die gehen gemeinsam los und essen was zusammen. Die treffen sich privat schon. Das ist viel, viel wichtiger und mehr Teambildung als irgendwas Aufgesetztes. Dafür bin ich eher nicht zu haben, dass man irgendwas konstruiert. Wir müssen jetzt unbedingt zusammen los und Teamgeist und so weiter. Auch das muss sich ergeben und es ist allemal schöner, wenn es aus der Mannschaft kommt. Wie gehen Sie auf die Spieler ein, wenn es mal nicht so richtig rund läuft, wenn es vielleicht mal zwei oder drei Niederlagen am Stück gibt? Auch da gibt es sicherlich kein pauschales Vorgehen, oder? Gibt es nicht, weil jeder Spieler, und das ist eigentlich so meine Maxime, so ein bisschen individuell anzupacken ist. Es gibt den Spieler, den juckt das vielleicht auch überhaupt nicht, der strahlt eine gewisse Gleichgültigkeit aus. Da muss man genau hinschauen, was man mit dem macht. Oder ein Spieler, gerade die Jüngeren, die dann vielleicht eher Streicheleinheiten brauchen. Also auch da die Mischung zwischen Zuckerbrot und Peitschen. Wer schafft aus dem Nachwuchs als erstes den Durchbruch in die erste Mannschaft? Ich glaube, wenn ich richtig hingeschaut habe, die ersten Wochen, dass wir mit Marvin Stefaniak und Dominik Baumann zwei hoffnungsvolle Talente haben. Wir tun ihnen trotzdem keinen Gefallen, zu viel Druck aufzuwürden, den Ballast zu groß werden zu lassen. Die sollen jetzt mal frech, wie sie sind, drauf losspielen. Natürlich immer in einem Konzept, das ist auch klar. Die müssen sich auch an gewisse Dinge halten, aber mit ihrer Kreativität, gerade im Offensivbereich, sollten sie verabtuigend sein für Dynamo. Und da kriegen sie von mir jede Unterstützung. Renner, vielen Dank für das Gespräch. Dort hinten ist das Stadion, um es mit Jürgen Klopp zu sagen. Wir würden uns wünschen, dass wir mit Dynamo in der kommenden Saison die ein oder andere Vollgas-Veranstaltung erleben können in Schwarz-Gelb. Das wäre echt toll. Und da würden wir uns alle, alle Dresdner, alle Dynamo-Fans in der Region sehr freuen. Rennen Sie bei mir offene Türen ein. Ich bin dabei. Ich werde mein Bestes geben. Und die Mannschaft, da bin ich sicher auch. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Dankeschön.